Thomas Delaney wird nun, nachdem er ja im letzten Sommer den BVB in Richtung Sevilla für 6 Millionen Euro verlassen hat, mit mehreren Bundesliga-Klubs in Verbindung gebracht. Bei den Klubs handelt es sich nicht, wie man zunächst dachte, um Bremen, für die er ja auch schon vor seiner Zeit bei Dortmund spielte, sondern es geht dabei um Bayern 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und den VfL Wolfsburg. Im folgenden zeige ich einfach mal kurz, was Delaney noch mit sich bringt und analysiere dann für alle drei Vereine einzeln, ob er eine gute Verpflichtung wäre und in den aktuellen Kader und in die Situation reinpassen würde. Also erstmal zum Transfer an sich, denn Sevilla ist wohl bereit, ihn ziehen zu lassen und möchte so ungefähr 4 Millionen für ihn. Das bedeutet, er wäre auf jeden Fall für alle drei Vereine finanzierbar. Delaney selbst ist mittlerweile 30 Jahre alt, im defensiven Mittelfeld zu Hause und natürlich auch dänischer Nationalspieler. Schaut man sich dann mal seine Statistiken aus dem vergangenen Jahr an, dann fällt direkt auf, Delaney ist ein klassischer Abräumer. Seine Stärke liegt ganz klar in der Defensive, aber wenn wir jetzt mal auf den Rest schauen, dann sieht man, er bietet spielerisch eigentlich quasi überhaupt keinen Mehrwert und auch offensiv ist sein Output eher gering. Da haut er vielleicht mal einen Distanzschuss rein, aber viel mehr gibt es da von ihm auch nicht zu sehen. Also sein Aufgabenprofil beschränkt sich da dann doch eher auf die Defensive, dass er die Bälle zurückerobert, aber viel mehr ist jetzt nicht unbedingt bei ihm zu erwarten. Der erste Verein, auf den ich eingehe, ist Borussia Mönchengladbach und da ist es jetzt so, dass man ja unter Neutrainer Daniel Farge ein Spielsystem hat, was viel auf Ballbesitz beruht. Und was halt eine gewisse Spielstärke von den Spielern fordert, dass sie auf jeden Fall mit dem Ball umgehen können und auch ein gutes Passspiel aufweisen. Und in das Profil passt Delaney halt überhaupt nicht rein. Man hat ja jetzt aktuell Gramer. Anderes Gerücht ist ja auch, dass man Julian Weigl holt, der da ein exzellender Spieler ist und da perfekt reinpassen würde. Der ist aber halt auch im Vergleich zu Delaney viel teurer. Aber ich habe mir jetzt auch mal bei Gramer angeschaut die Statistiken und da ist es so, dass er defensiv eigentlich ähnlich stark ist wie Delaney. Zudem kann er gut pressen und spielerisch ist er jetzt auch nicht auf dem höchsten Niveau. Deswegen will man ja mit Weigl ein Upgrade kaufen. Aber im Vergleich zu Delaney ist halt sogar Gramer besser und daher würde ich eine Verpflichtung von Delaney keinesfalls verstehen. Und ich meine, selbst wenn man da jetzt einen richtigen Abräumer auf die 6 stellen will, dann könnte man ja auch einfach Friedrich in die Innenverteidigung stellen und Itakura 1 vorschieben auf die 6. Und ich glaube, der wäre sogar spielstärker als Delaney. Daher definitiv kein guter Transfer, falls Gladbach das machen sollte. Bei Wolfsburg hingegen hat man auf jeden Fall viel dazu geholt, schon an anderen 6ern und auch viel ausprobiert. Aber es hat noch nicht wirklich was nachhaltig gut funktioniert. Man hat Franjic geholt, der bekommt aktuell keine Chance. Dann hat man auch noch Swanberg dazu geholt, der aber eher ein offensiver Achter ist, wie man jetzt mittlerweile bemerkt hat. Was klar ist, ist, dass halt Maxi Arnold als offensiver Achter das Bindeglied zwischen Mittelfeld und Offensive darstellen soll. Während man daneben halt noch einen defensivsteigen 6er will, der halt das Bindeglied zwischen Defensive und Mittelfeld darstellen soll. Aktuell spielt jetzt da Leihrückkehrer Guilavogi und ja, da möchte man wohl noch eine Verbesserung. Aber rein statistisch ist Delaney eigentlich nicht wirklich besser. Schaut man sich mal Delaney und Guilavogi im Vergleich an, dann sind die sich wirklich sehr ähnlich. Beide steigen in der Defensive, aber haben halt mit dem Ball am Fuß wenig anzubieten. Werden auch als ähnliche Spieler sich gegenseitig angezeigt, wenn man auf FB Ref schaut. Also da sehe ich nicht wirklich Platz für Delaney, auch mit der Masse an anderen 6ern, die man jetzt schon geholt hat. Auch ein Gerhard kommt irgendwann von der Verletzung zurück. Dann eben die Aufgezählten. Und ich habe eben nochmal in den Kader geschaut. Und auch die Statistiken. Man hat ja noch einen Aster Franks, einen Top-Talent, der aktuell halt einfach keine Einsatzzeiten bekommt. Aber schaut euch mal seine Statistiken an. Das ist wirklich stark defensiv. Klar, ein Delaney ist vielleicht besser defensiv, aber das ist schon wirklich vielversprechend. Und warum den nicht einfach mal reinwerfen, statt dann wieder einen älteren Spieler zu holen. Das ist also für mich so ein bisschen fragwürdig. Eine Delaney-Verpflichtung. Ja, ich kann es gewissermaßen verstehen. Er bringt da die Erfahrung mit, die der Kader so ansonsten vielleicht nicht unbedingt hat. Aber meiner Meinung nach bräuchte es im Kader von Wolfsburg keinen Delaney. Kommen wir nun also zu Leverkusen. Und auch wenn man da mal zu den Kader vergleicht, was die Position angeht, dann hat man da erstmal einen Amiri und auch einen Demir bei, die beide eher offensive Achter sind, gut im Pressing, aber halt defensiv eher ihre Schwächen haben. Dann hat man mit Palacios und Aranguiz zwei Spieler, die sich auch ähnlich sind. Beide gut im Pressing, gut mit dem Ball am Fuß, eher kreative Spieler, die aber halt auch defensiv schwach sind. Und letztendlich hat man dann halt noch Robert Andrich, der ist auf jeden Fall der Defensivstärkste bei Leverkusen, ist gut in der Defensive. Aber der hat halt auch noch einen richtigen Offensivdrang, deswegen auch gute Offensivstatistiken. Und genau deshalb wäre eine Delaney-Verpflichtung gewissermaßen schon vielleicht notwendig, da man dann halt einfach einen klaren Sechser hätte, der hinten bleibt, wenig für die Offensive macht, aber dann halt eben für die Defensive Stabilität sorgt, die ja gerade schon so ein bisschen fehlt. Zudem bringt er ihnen internationale Erfahrung, ist ein Führungsspieler, sprich Deutsch. Also das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Auch wenn ich bei Leverkusen eher nach Verstärkung in der Abwehrreihe suchen würde, als jetzt eine Position davor. Da kann man auch Andrich spielen lassen. Aber ich sag mal so, mit einem Delaney für eine vergleichsweise geringe Ablöse von 4 Millionen. Also da macht man, glaube ich, wenig falsch, wenn man den Transfer eingeht. Und deshalb für Leverkusen fände ich das auf jeden Fall keinen schlechten Transfer. Was ja auch gewissermaßen interessant ist, Leverkusen ja vom Papier her die beste Mannschaft der drei genannten. Aber Delaney würde ich trotzdem nur zu ihnen geben und zu den anderen nicht. Aber so ist es halt einfach mit der Spielweise, passt es einfach besser und vom Kader, da ist einfach noch Platz für ihn. Das auf jeden Fall soweit meine Einschätzung zu einem möglichen Transfer von Delaney zurück in die Bundesliga. Was sagt ihr zu meiner Einschätzung? Bei welchem Verein könntet ihr ihn euch vorstellen? Schreibt es ganz gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.